Wir haben jetzt drei. Fünf Stück noch. Also brauche ich jetzt fünf von den Dingens. Eins, zwei. Wie viele habe ich denn noch an Generatoren? Einen. Das heißt, ich brauche vier. Vier. So. Jetzt brauchen wir noch einen Ofen. Habe ich hier noch? Lass das stellen. Das ist gut. Einen Ofen, bitte. So. Zack, 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 zack. Wir könnten das auch mal sortieren. Jetzt können wir die Maschinenblöcke da hinpacken und die hier hin. So. Damit haben wir unsere Generatoren. Gut. Da einen hin. Dort, dort und dort. Jetzt haben wir natürlich kein Glas mehr. Was allerdings mal wieder problematisch ist, da wir eigentlich hier gerade was anderes durchbrennen. Werden wir das Ganze mal eben tauschen. Jo. Cool. Das habe ich ja auch relativ viel. Sehe ich gerade. Können wir auch mal direkt aufbrauchen. Und was uns da allerdings noch fehlt, sind zehn von den Dingens. Ah, das passt sogar von der Menge genau. Ja, da werden wir jetzt direkt mal gucken, dass wir da jetzt fertig werden. Redstone. Wir werden zu wenig Kupfer haben. Redstone. Kupfer, 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 Kupfer. Das heißt, wir brauchen mehr von den Rubber. Da haben wir noch 21. Dann haben wir hier noch 37. Haha. Crafting, Crafting, Crafting. Immer dieses Crafting. Kupfer. Kupfer. Zack. Zack. Könnte vielleicht reichen. Werden wir sehen. Ich brauche zehn Stück davon. Das reicht nicht. Das wären aber wenigstens schon mal sechs. Erstmal noch ein paar mehr. Redstone. So. So. Und so. Okay, uns fehlt noch ein bisschen was. Uns fehlt Kupfer. Wie immer. Ah, ja, 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 ja. Tu raus. Und Kopperdast rein. Weiter. So, währenddessen können wir die hier mal reinpacken. Und die hier. Und dann fehlen uns trotzdem noch welche. Eigentlich könnte man hier unten auch das Haus reinbauen. Nein, wir bauen oben ein Haus. Wir zu mehr Strom haben. So. Wir können ja nachher, wir müssen uns zwar noch ein Ranch dann bauen, aber das ist nicht das. Das ist das kleinste Problem eigentlich. Den Ranch zu bauen. Dann brauchen wir auch Kupfer für. Aber naja. Gut, kriegen wir schon hin. So, jetzt haben wir hier zwei, vier, fünf Stück. Fünf Stück. Drei Stück fehlen noch. Wir kriegen noch mehr Energie. Aha. Weg. So was Mistiges will ich hier nicht drin haben. Wie sieht es denn unsere Energie? Oh ja, das ist zwar eng, aber das funktioniert momentan. Mit zwei. Wir haben noch keine drei am Laufen gehabt. Naja, was fehlt uns denn jetzt noch? Ähm, wie viele haben wir denn da noch? Ich glaube, drei Stück brauchen wir da noch von. Ähm, ja, drei Stück brauchen wir noch, genau. So, aber allerdings müssen wir da als erstes wieder unsere Dinge herstellen. So. Und da fehlt uns wieder was. Naja, gut, vielleicht reicht es ja jetzt. Ai, 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 ai. Das ist wieder mal so typisch, dass man, was mir wieder alles fehlt. Ja, das reicht aber diesmal. Ähm, für die letzten drei. Und wir haben noch welche sind Reserve. Das ist immer gut. So, einer da hin, einer da hin, einer da hin. Und haben wir noch... Ja, perfekt. Damit haben wir alle. So, jetzt brauchen wir einen Wrench. Einen Wrench. Ähm... Der wird aus Bronze gemacht. Das weiß ich allerdings. Aber man kann ihn doch auch hier noch umstellen. Genau, hier. Bronze. Bronze machen wir... Ähm... Aus Bronze Dust. Bronze Dust, da brauchen wir... Zinn und Kupferpulver. Jeweils. Okay. Ähm... Fangen wir mit Kupfer an. Davon hatte ich doch noch ein bisschen. So, Kupfer. Dann brauchen wir noch Zinn und Dust. Davon brauchen wir allerdings nur... Einen, aber das ist immer nur für vier. Das heißt, wir brauchen viel mehr Kupfer. Den Kupfer. Hm... Wie viel kriege ich denn da raus? Eins immer nur. Auf fünf. Das heißt, wir brauchen noch einen mehr. Glaube ich. Oder? Ich meine... Kann man die denn nicht noch anders craften? Ach, nehmen wir den Bunkse, das ist glaube ich besser. Kupfer, das und Zinn, das. Genau, dreimal Kupfer und einmal Zinn. Dreimal Kupfer, einmal Zinn ergibt... Zwei. Oder war das mit dem hier mehr? Ne, zwei. Da werden wir noch einiges machen müssen. Aber naja. So. Hauen wir da erstmal Zinn rein. Ich habe da viel zu viel reingebracht. Zwei Stück maximal. So. Erstmal. Also ich muss jetzt gleich mal gucken, wie wir das Ganze hinkriegen. So, gib mir das mal. Eins, zwei, drei und einen. Gibt uns Bronze Dust. Bronze Dust wird wiederum in den... ...Electric Furnace geschmissen. Und man macht da raus dann... ...Bronze Barren. Zack. Damit haben wir unsere ersten zwei Bronze Barren. Das ist schon mal eine gute Geschichte. Jetzt versuchen wir mal jemand anderes. Es ging mal eine Zeit lang. Ne, es geht nicht mehr. Hätte ja sein können, dass es vielleicht noch geht. Gut, zwei haben wir. Und zwar brauchen wir jetzt noch... ...die restlichen. Was machen wir denn? Wie war denn das Rezept nochmal? Wo ist der Range? Wo ist der Dizer? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück brauchen wir davon. Das heißt, wir brauchen das Ganze noch zweimal. Noch zweimal? Gut. Dann machen wir eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und einen davon. Können wir hier schon mal wieder was brennen lassen eigentlich, ne? So. Jetzt werde ich nachher fest... Weg, weg. Es ist Tainted Level, oh oh. Hier ist es Tainted Level, gefährlich, hoch. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Übrigens kannst du ja mal reparieren. Und du reparierst einfach mit. Dann haben wir auch hier nicht einfach wieder repariert. Und du reparierst mal wieder. Übrigens kann man die auch noch verzaubern, soweit ich weiß. Ähm, das dauert alles, das dauert alles, das dauert alles. Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt, glaube ich, erstmal gucken, dass wir wie gesagt unsere Energieproduktion mal in Gang kriegen. Das ist wieder Torturs. Das ist doch nicht mehr normal. Ich habe echt Pech mit meinen Rezepten momentan. Momentan dürfte da auch kein Strom nachkommen, oder? Na, sehr, sehr wenig. Nur noch durch diese hier. Da wir schon wieder Nacht haben. Hm. So, einen davon. Und diese Geschichte hier gibt wieder zwei davon. Und jetzt brennt sie mir bitte die nochmal durch. Dann haben wir nämlich schon mal vier. Und dann muss ich hier noch auf zwei warten und nochmal einmal Zinn machen. Und dann haben wir sechs Stück. Weiter. Und damit wir jetzt gleich wieder Energie haben, werden wir uns mal eben die Nacht über hinlegen und ich werde was trinken. Oh, da geht aber gerade einiges in der Welt ab. Also sowas passiert immer nur, wenn einiges in der Welt abgeht. Dass das so hin und her am Springen ist. Selten, selten. Also ich habe es bisher immer nur sehr selten gesehen. Aber naja. So, weiter, 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 weiter. Los, 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 los. So. Dann dürften wir hier das schon mal fertig haben. Und dann brauchen wir noch einmal Zinn. Und dann haben wir gleich unseren Range. Und dann brauchen wir noch für die bessere Solarpanel. Weil das wollen wir jetzt haben. Bevor wir oben irgendwas weiterbauen, brauchen wir einen LV-Transformator. So, dreimal Kupfer, viermal Holz und zweimal davon. Also davon. Viermal war das, ne? Ich habe schon wieder vergessen. Hallo. Und dreimal Kupfer in die Mitte. Genau. So. Eins, zwei, drei. Habe ich da irgendwo falsch gemacht? Retter. Kupferkabel. Und Kupfer. Man sollte vielleicht auch das Kupfer nehmen. Das sieht sehr gleich aus. Na, ganz, 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 ganz kleiner Unterschied. Nur. Viel zu wenig Unterschied, meiner Meinung nach. So. Du kommst wieder da rein. Wir bauen jetzt unseren Range ganz schnell. Na, dafür müssen wir dann da nochmal dran. Ah, ja, ja. Immer dieses hin und her. Wenigstens ist der Electric Phone jetzt ein bisschen schneller. Später werden wir dann die ganzen Advanced-Maschinen bauen, die uns das Ganze noch vereinfacht. Ich möchte hier eigentlich, momentan ist so mein Ziel, so weit wie möglich noch zu kommen. Bevor die Version halt zu Ende ist. Und wir diese Welt aufgeben müssen. Ich hoffe, dass es in euren Interesse ist. So. Ähm, diese Sachen, wenn man die so abbaut, dann kriegt man, glaube ich, einen Generator oder einen Iron Furns oder einen Dingensblock raus. Das wollen wir nicht. Dafür sind die Materialien viel zu teuer gewesen, die wir jetzt gerade da reingeballert haben. Das müssten jetzt fünf, sieben Stück. Ähm, ich sag nicht, da fehlt uns einer. Dann kriege ich jetzt aber die Krise. Ist da einer runtergefallen oder so, da ich den nicht aufgesammelt hab? Liegt da noch einer drauf? Sieben Stück. Ich hoffe, dass der jetzt da ist. Dass das jetzt reicht, aber sieben? Sieben. Scheiße. Sieben. Mist. Ja, gut. Dann nochmal von vorne. Ähm. Nein. Äh. Mann, 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 Mann. Jetzt bin ich durch den Wind. Jetzt ist alles vorbei, glaube ich. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich die Aufnahmen beende und das nur noch durchrendere und für heute schlafen gehe oder so. Also, wenn ich schon solche Fails mache, dann ist es Schlafenszeit für mich. Und jetzt muss ich ja auch noch, komm mal her. Ich meine, die ist ja auch schon wieder repariert. So. Ähm. Nach der, den brauchen wir noch nicht. Electric Furnace. Einen Generator habe ich übrigens noch, das ist gut. So. Dort brauchen wir jetzt zwei hiervon. Den Generator brauchen wir. Wir brauchen noch ein bisschen Coal Dust. Ähm. Wo ist übrigens mein Stein dort? Zack, zack. Ähm. Werden wir gleich alles wieder reparieren. Das ist, das dauert ein bisschen. Drei Coal Dust. Da sind nur noch zwei Scheiben. Das ist gerade ganz schlecht. Geht das auch mit Scheiben? Ich glaube nicht. Ähm. Das ist ganz, ganz schlecht. Sand. Da. Brauche ich einen von. Übrigens. So. Jetzt können wir erstmal gucken, dass wir Kupferkabel. Haben wir nur noch drei. Zwei. Zwei Kupfer haben wir nur noch. Habe ich jetzt echt so viel Pech? Habe ich jetzt echt so viel Pech? Ähm. Weiß nicht. Ich brauche nur um einiges mehr. Aber wenn ich kein Kupfer mehr habe, dann habe ich Pech. Dann muss ich meinen gehen. Ähm. Wo habe ich das denn da? Das Refine Iron. Mir fehlt Kupfer. Zwei Kupfer haben wir noch. Ah. Ich gucke mal. Ob wir nicht doch noch Kupfer haben. Habe ich nicht noch irgendwo Kupferohr gehabt? Ich gucke mal. Ich gucke mal. Ich gucke mal. Ich gucke mal.